Hallo Leute, ich bin wieder oben. Scheiß anstrengend in dem Schnee hier auch. Aber es bin nicht immer durchgerollt. Machbar war es. Irgendwie war es funny und ich würde sagen, jetzt weiß ich nur die Strecke verlaufen, wie es sich verhält. Jetzt tun wir es an, ich fahre wieder. Heißer Pfund mit. Naja, die Zeit war eigentlich schon besser, wenn man weiß, was weg geht. Und wieder, uah, schon mal ein besseres Frühstück. Woh! Nice! Naja, jetzt geht's, ich bin Co. Ziemann. Igen Sie! Naja! Ziemann auf die Beste, die Karte sind ganz alleine... Oh man! Ich bin hier! 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 Komm rein! Ich bin hier! Ich bin hier! Du dich! Okay, dann wieder so unten rein, dann schon mal hier, ja, und weiter geht's. Und das nur auf Anhieb, ja, oder? Ja, hinter der Decke, ja, 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 und drin, wuhu, geil, wuhu. Und Baum, Ende, wuhu. Hoch, 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 ah, Schnee, alle die, und direkt hinter der Dritte. Okay, hingeblieben, macht nichts, und weiter geht's runter. Und da, wuhu. Wuhu. So, wuhu, das war's für heute. Wenn's euch gefallert hat, Daumen hoch und abonnieren. Bis zum nächsten Mal, ich muss jetzt wieder den Berg hoch. Tschau.